...eins war bisher eigentlich nur wichtig, dass man sich mal über dieser Rundermann verschafft gegen Verwachsenen hat. Aber es ist auch so, dass es ganz besonderlich zu spielen, in der Bundes-10er-Plagierde vor, und natürlich, die ganz feldsache Verwachsenen hat. Heute gibt es unser Schleschmacher. Ich glaube, dass wir in der Bundes-10er-Plagierde mit einer der beiden sich mehr in der Kassel sind. Es ist die Zukunft, dass es mir auf dieser Rundermann gibt. Ich bin uns ungewöhnlich geworden. Es ist eine gute Chance, weil er sich konsequent nachgedrückt wird. Aber die Fehler sind da bei den Österreichern und ohnehin die Grundordnung wesentlich zurückgezogen hat als gegen die Polen. Da hatten sie noch eine Viertelstunde schon drei. Erstpassige Torschhausen nicht so heute. Die deutsche Mannschaft ist besser gestaffnet. Bestere Ordnung. Und mit einer Punkt. Wie aus dem Herbst? Bis jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020